So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial über ein Courseplay im LS17. Im letzten haben wir ja geschaut, wie wir den Komposter vom Hoflager aus versorgen können, befüllen können automatisch. Jetzt wollen wir den anderen Kurs aufnehmen zum Abtransportieren. Das heißt, wir lassen den Anhänger automatisch hier beladen. So, wir fahren jetzt ungefähr bis dorthin, gehen auf Kurszeichnung beginnen, fahren hier hinten die große Strecke rum. Fahren wir den Kurs sauber ein. Wir fahren das als Rundkurs. Somit hin haben wir dann auch einen besseren Überblick über den kompletten Verkehr später auf die Karte, falls wir mehr Cosplay-Kurse benutzen wollen. Wie ihr ja bestimmt in meinen Let's Plays gesehen habt, ich benutze sehr gerne Cosplay. Auch viel, da man einfach bei so einer großen Karte oder bei einer großen Karte generell einfach mehr geschafft bekommt, beziehungsweise auch versorgen kann, arbeiten kann, wenn alles sauber läuft. Bis jetzt haben wir noch kein großes Cosplay-Chaos gehabt, aber wer weiß, was da noch kommt. Wir fahren ganz normal den Standardweg zurück zum Hoflager. Aber es wird halt die Aufnahme selber, das wird halt für euch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, langweilig werden. Interessant wird es halt nur gleich wieder zurück am Lager. Ups. Ja gut, da das ja jetzt nur so eine Aufnahme ist, ist es eigentlich auch egal. So. Wir fahren hier rum. Beschleunigen in der Zeit nochmal, solange wir hier fahren, nochmal ein bisschen die Zeit. Gehen wir mal auf 120 Spielgeschwindigkeit. Wir fahren hier sauber auf die Waage drauf. Fahren durch. Lassen ihn jetzt nicht abkippen. Fahren zurück zum Komposter. So, wir machen mal hier ein bisschen Speed. Ja, mehr als 52, 53 schafft die Zuchtmaschine leider zur Zeit nicht. So. So. Auf die letzten Meter gleich angekommen. Lenken hier ein. Nein, wir fahren jetzt nicht hier rein, sondern wir fahren in die nächste rein, weil wir wollen den Komposter ja leeren. Und fahren so bis auf diese Höhe jetzt hier. Sagen dem Ganzen stoppen. Sagen ihm beladen am ersten Startpunkt. Beladen mit Kompost. Muss drin sein. Ist ganz wichtig. Können hier die beliebigen Anzahlen der Durchläufe einstellen. Wir bleiben mal bei einem Durchlauf. Stellen ihn ein. Und lassen ihn mal fahren. So. Er hält an. Er belädt ihn. Genau. Er fährt dann jetzt zum Hof und wird ihn da entladen. Wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Aufnahme, in der nächsten Tutorial oder in einem von meinen Let's Plays. Ich würde mich freuen. Bis dorthin. Und tschüss.